Sollen wir uns ein Schwert gibts wieder? Ach komm, lächerlich bist du. Hier muss es doch ein Schrein geben. Es muss. Wahrscheinlich dort, wo die anderen Leute sind. Danke. Bye bye. Ah, hier. Fünf von zehn. Sind dann wahrscheinlich doch etwas einfacher zu finden als die anderen Schreine. Schreine. Komm schon. So. Haben wir das Portal auch geschlossen? Lächelig. So. Wie sei. Eben Autovide. Wie ist das? Noch was. Okay. What? Wie kannst du aus dem Auto ziehen? Sehr interessant. Sehr interessant. Aber ein Portal gibt sie nicht, ne? Wie ist das? So. muss man halt so da ist das Auto Rattenfänger Gibt es sonst gerade noch irgendwas? Nö Wait, 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 wait Ich habe da was gesehen Ich habe da was gesehen Oh, nein, nein Nein Eins Sind das eigentlich solche Glückskarten oder sowas? Ich weiss, sie haben einen bestimmten Namen, aber ich weiss nicht, wie sie heissen. 6 von 10, nice, sorry ich sage ziemlich oft nice bei diesem Spiel, fällt mir manchmal auch auf. Das ist schon neler, es ist was ich, sie hat mir manchmal, es ist es, sie haben alles zugrunde ich, sie haben, sie haben. Wir müssen. Those guys are pretty pissed at you, Wei. I had to hear it day and night. They won't rest until they wreck everything you built. I'm back, you little shit! Ein Soft Waffen Geht in there! Fast before I rip your eyes from your spell! Don't blame me, dead! You're always a coward, Johnny. Death hasn't changed yet. You come back from me? What do they make me sick with you in hell? What the hell? I have to go to the gamepad and the Tassaduro, if I have to shoot. I have to shoot with the gamepad. I can't shoot with the gamepad anymore. I can't forget it. I have to kill you myself! You were a rotted corpse even when you were alive, you know that? Keep trying, Brad! Snitch! Piece of shit! Ein Schlag! Und das war's! Bericht Besessenheit. Dämonen sind in North Point erschienen. Besessenheit. Smiley Cat hat einen Weg gefunden, von den lebenden Besitz zu ergreifen. Diese Besessenheit ist permanent und kann nicht rückgängig gemacht werden. Diese Leute sind dazu verdammt, auf ewig die Straßen Hongkongs heimzusuchen. Seitdem jemand kommt und tötet sie. Und das bin ich. Weishen. Der Retter der Nacht. Oder des Tages. Je nachdem. Was euch besser gefällt. Wieso sind da Leute eingezeichnet? Gibt's da einen Schrein? Möglicherweise. Okay. Oder vielleicht doch. Aber da komme ich nicht hinten von hier. Ja gut, ein Truck geht auch. Mir egal. Ich nehme alles, was ich haben kann, nur egal. Ich bin nirgends ganz schön. Ich bin nirgends. Ja gut. Mein Mut. Ich bin nirgends. Ach so. Ich bin nirgends. Ich bin nirgends. Wer macht hier hier etwas? Komm! Ach komm schon! Ab unter den Motor! Holy moly! Das wird nie alt! Okay! Aber hier gibt es gear gar nicht was sie bewachen! Das ist absolut gar nichts hier! Danke für gar nichts! Hier ist wirklich nichts, ne? Nope! Schade, ich dachte hier wäre vielleicht was! Aber ist dem nicht so! Wir haben es gleich! Ich kenne es so! Ich kenne es so! Ich kenne es so! Okay, so geht es auch! Wollte ich zwar nicht, aber gut! Ich glaube 4 oder 5 muss uns rückschicken! Ich kenne es so! Das ist jetzt der zweite! Okay, die roten sind glaube ich stark! Ich kenne es! Ich kenne es! Ich kenne es! 5! 9! 9! 7! 9! 9! 7! 10! 10! 10! Was ist denn hier los? Das ist der Park, in dem wir schon waren. Ich nehme hier einfach alles mit. Das Gamepad ganze Zeit über die Welt. Ich bin in die K-Bar mit meinem Club, wie es aussieht. Ich bin in die K-Bar mit meinem Club. Ich bin in die K-Bar mit meinem Club.